Hallo und Willkommen zurück bei Minecraft. Wir gehen durch ein neues Portal und schauen einfach mal wo wir da rauskommen. Wenn wir überhaupt irgendwo rauskommen. Ganz geil. Zumindest in einer Höhle. Willst du mich verarschen? Ja und da ist das komische neue Gestein da. Ah das ist doch doof. Was ist Holz? Wir sind gerade in einer Mine gelandet. Ah halt. Das hat schon mal einen Vorteil. Oder auch einen Nachteil. Wieso geil? Weil es 3D sind. Aber pass auf. Hast du einfach mitgenommen? Doch. Ich schon. Pass auf. Wir dürfen es wegen dem Portal nicht verlieren. Sonst kommen wir nicht mehr zurück. Ja. Wir müssen den Eingang etwas anders machen. Oder so. Ah ich will es erfunden. Und vielleicht hier ein bisschen absichern. Sonst fällt noch einer rein. Nein. Kein Cobbles mehr. Nein. Ah doch. Warte. Mal Hanno. Ich habe mal etwa 7 Stacks. Was? Hast du es nicht ausgeladen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du hast es einfach nicht ausgeladen. Du hast es einfach nicht ausgeladen. Es ist retour. Hey wo geht es? Ich habe eine Frage, wann wir jetzt rauskommen. Wo geht es denn da hin? Was? Wir kommen dann schon wieder im Nether raus? Wieso geht das Portal nicht? Doch. Es hat ein wenig lang. Portale hängen jetzt schon zusammen. Ah, das funktioniert. Ja ja. Wenn man genug weit... Früher war es eben mal. Wenn du aus dem Portal... ...ternator gegangen bist, wirst du einfach in den Märsch rauskommen. Ja, man musste aber immer schauen, dass genug weit auseinander gemacht worden sind. Und das ist ja ziemlich weit auseinander gebaut jetzt. Vielleicht kannst du mal Sachen holen. Ja, aber... Ich schiesse mich ein bisschen. Dass man in einer Höhle... Ja. Ja, nein. Wenn man es schön ausgebaut hat, kann man es gleich so weitermachen. Man kommt hier. Ein Cobblestone kommt rein. Und quasi in eine Höhle. In einer Mine sogar. Ja, das stimmt. Von dem her ist es schon nicht so schlecht. Ja, ja. Kann man schon etwas damit anfangen. Und es ist schon eine neue Mine mit den neuen Gesteinen und alles. Aber es geht... Es geht verdammt lang, das neue Portal. Es lag auch. Du stehst bei mir gar nicht im Portal rein. Ja, du bist bei mir sowieso nicht. Und ich kann Steine gar nicht aufheben. Ah, du bist da oben. Ah, jetzt... Ist der Server... Soll ich da stehen bleiben oder was? Mhm. Mann! Es läuft heute mit dem... Ich bin bei mir... Ja, ich bin gar nicht mehr drauf. Jetzt, wo du rausgegangen bist... Ah, jetzt bin ich ja raus. Hm. Du bist schon länger durch. Gut. Ja, der Grund wieso, dass ich da so wenig Server drauf habe, ist, weil es bei 1.8 wieder alle rausgerührt hat. Den wollen wir dir eigentlich die IP. Hä? Nein. Jetzt eben nicht mehr. Darum kann ich es zeigen. Früher hat es an mich genommen. Jetzt wird es wieder gehen. Jetzt kommt die Internetseite wieder. Oh, ist er da nicht? Nein, ich bin mit Gott's nicht. Äh. Was ist das? Was? Blöd. Ja, wirklich. Jetzt! Oh. Ich glaube, ich werde jetzt die Seite noch holen. Ah, jetzt ist er schneller gegangen mit dem Portal. Ich habe nicht erwartet, dass wir in der Höhere sind. Da haben wir uns falsch ausgerichtet. Ja, ich will vielleicht ein bisschen Cobblestone ab. Äh... Ein bisschen Cobblestone weg. Ja, voll. Da haben wir wieder das neue Gestein. Von dem Limmensoda-Zeugs kannst du die ganze Zeit gewerbsen. Ja, das wäre doch geil. Ja, das wäre doch geil. Das wäre dann aber schon immer... Das wäre dann eigentlich schon ein bisschen futuristisch für Minecraft. Ja. Ja, du kannst dich auch einfach so in die Hölle runter teleportieren. Ja, aber das ist halt Tradition. Ja. Jetzt gibt es schon so lange. Die Hölle gibt es schon. Wurre lange eigentlich. Ist mal das Halloween-Update gewesen. Ich weiss noch, wo es erst gerade rausgekommen ist. Ja, ist das Halloween-Update gewesen. Jetzt kommt das Wasser rein. Das haben wir eigentlich gar nicht so lange vor Ort. Nein, wir auch nicht. Ich heiss noch das erste Mal, als ich im Nether unten war. Ja, oh. Dass so komische Geräusse gekommen sind. Ja. Ja. Ich habe es richtig ausgesprochen. Allgemein, die ersten Tage Gemeinschaft, ey. Oh. Oder die erste Nacht. Das war noch etwas völlig anderes früher. Du hast noch schon eine halbe Stunde gebraucht. Ja, wenn du hier in die Hose gemacht hast, weil du den Monster gehört hast. Und du dich nicht getraut hast, rauszugehen. Warum? Wenn du gar nicht wirklich noch gar nichts gekannt hast. Du glaubst dann, was ist das, was ist das? Oder noch nicht mal gewusst hast, wie es aussieht. Ich weiss noch, als ich die erste Mine gefunden habe, habe ich gedacht, dass es eine Weltwunde. Ja. Dass es nur so bei mir, dass es plötzlich so einfach so Strassen und so eine Funde dran hat. Ja. Also so Mine-Ding. Ja, das war geil am Anfang dort, wo die neue gekommen sind. Ja. Da kommt viel mehr Gravel raus als... Flint. Flint. Ja. Ich glaube... Oh shit. Ähm. Was brauche ich? Wir sind gerade mal auf Höhe 11 im Fall. Das Portal ist schön auf Höhe 11. Weisst du, was das heisst? Auf Diamanten wirklich? Das heisst wir können, wenn wir Diamanten brauchen, durch das Portal gehen und da sind wir ja gleich auf der richtigen Höhe. Warte mal, das ist mir etwas Wunder. Was? Im Portal, welche Höhe wir haben, können wir nachher durchmessen oder ausrechnen, wie viel das auch im Block ausmacht. Aha. Da haben wir 54. Ja ne, musst du nicht, das ist doch zu blöd. 54 ist auch im Nöter 54. 50. Jetzt nehmt's mir Wunder, wie tief als nachher das Bundesportal ist. Oh oh, da ist ein Hex. Wieso rennt mir jetzt ein Creeper davon? Hat die Angst vor einer Hex? Nein oder? Oh geil, Gast. Oh geil, Gast. Ja, so hättest du früher auch nie gesagt, du. Oh geil, Gast. Nein, die haben wir früher immer aufgeregt. So, die Hex ist auch weg. Die Hex ist da. Die Hex ist da. Und ich gehöre noch einen Enderman. Das Wasserfall gar nicht zu stoppen, weil sonst kommt ein ganzer Ding und kommen da die ganzen Monster runtergeschwommen. Ich gehöre ganz viele Spinnen, vielleicht sind es Höhle Spinnen. Wenn Spinnen plötzlich ruhig werden, könnte es sein, dass sie gleich auf dich zurennen. Dann werden sie manchmal ruhig. Das ist immer scheiße. Oh, seit wann habe ich so viel FPS? Ich habe 125 FPS. Ja, ich spiele eigentlich Heim. Also ich nehme ja auf. Ich habe so früher immer 20 FPS gehabt oder so. Ich nehme ja auf und habe sogar 60. Hey, was ist das für ein Material da? Ich habe schon wieder ein neues Portal. Oh nein. Oh nein. Ich habe ein wenig ausgebaut. Ah, den hast du aufgemacht. Hier oben bin ich. Beim Gold oben bin ich. Ja, ja. Aber weisst du, dass es so komisch aussieht? Der Server steuert sicher nächstens wieder ab. Du legst voll umeinander. Ja, du bist gar nicht. Ja, bin ich gestehen und nicht lauf. Ah, doch. Ja, aber jetzt rum. Jetzt hat es verdammt viel Kohlen. Ich baue das Kohlen mal ab, weil wir brauchen eigentlich Kohlen. Ah, jetzt habe ich doch keine Faklen mitgenommen. Verdammt viel Kohlen. Ja, dann warte ich baue eh gleich. Hast du wenigstens Holz dabei? Oh, Holz hat er vielleicht. Da liegt ja oben. Ja eben. Dann baue ich jetzt hier Kohlen ab und du kannst ja gerade ein paar Faklen machen. Ähm. Es hat irgendwo runtergekehrt. Rungekehrt? Ich sehe dich ja. Du bist ja gerade neben dran. Ah, das andere Portal. Ähm. Ich mache ein bisschen Holz ab. Okay. Du siehst, für das habe ich Tags mitgenommen. Extrem viel Kohlen. Hopp. 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 Ja. Ja, er lag wieder. Nein. Ganz schön Kohlen, die da oben liegt. Ja, die ist dann schon wieder oben. Ah, scheiss Dreck. Ich echt. Disconnect. Ah. 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 Das habe ich mir nicht so ein Problem gehabt. Ich denke... Ich nehme nicht so ein Problem gehabt. So. Eben so ist es eben dort vorher wo ich die Nummer geschrieben hatte. Ja ja, kann man sich schon vorstellen. Einfach so aufs Mal. Mhm, das war so nix. Ja. Ah, jetzt bin ich wieder schnell reingekleid und gehe da raus. Ah, das will wir denn nicht so sein, wissen Sie? Ah, scheiss, treibt jetzt. Wir boten dochs. Ah, je, je, ja, ja, sammeln doch mal die Kohle rein, dann ist sie sicher. Hopp. Ja, jetzt ist Spitzhacker entgültig weg. Ich gehöre einen kleinen Zombie. Brrrr. 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 Oh, das macht nicht ganz sicher. Ah, das läuft ja nicht mehr auf mit der Kohle! Weg! Ja, ist auch egal. Wie gesagt, Kohle... Braucht man vielleicht wieder mal... Darum ist es gar nicht mehr so schlecht, Kohle zu sammeln. Ah! Spinn! Wo ist sie jetzt? Oh, hallo! Au! Monster! Das ist eine Giftspinne! Muss ein Spanner unternehmen sein. Ja, das ist ein Spanner. Irgendwo muss es einer sein, ja. Wo ist der Spanner? Das hat das Eisen. Vielleicht kann ich das Eisen auch mal mitnehmen. Die können wir eventuell auch noch mitnehmen. Ja... Und das wäre es schon gewesen. Sorry für die Unabnehmlichkeiten mit dem Server. Aber... Das gibt es sonst eigentlich wirklich nebenher. Wir haben sonst wirklich selten Probleme eigentlich. Ja... Das sind viele Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 ountain. Untertitelung des ZDF, 2020